ja hallo und herzlich willkommen zurück ja es ist ein bisschen was passiert die ecke habe ich neu gebaut das war es dann auch schon fast mit der unterführung hier dass er rüberkommt und die hier vorne sind aktiviert gebaut habt das ja gesehen hier sind so ein bisschen was freigeschaltet das war es auch schon das langsam also die 750.000 sind weg wir müssen langsam mal nicht weg sind noch weit weg so wir müssen mal so langsam die ersten flieger starten dafür habe ich die zwei hier gestartet habe schon überlegt ob ich vielleicht von hier drüben die kleinen überhole dass ich das sozusagen später baue aber die fahren dann so lange die müssen hier unten landen fahren dann rüber weil hier unten komme ich halt nicht durch das hat alles kein nichts halbes nichts ganzes hier komme ich eh nicht drüber dass wir sollten es gleich vernünftig waren und wie gesagt ich komme hier halt nicht mit einer landebahn hin also die kommt hier vielleicht hin aber ich komme nicht rüber also wir brauchen die das ding brauchen wir auf jeden fall den kredit aufnehmen müssten wir wirklich direkt starten mit den einnahmen sonst ist das echt gefährlich denn wir zahlen ja was zahlen wir jetzt für ein kredit wirtschaft wenn wir jetzt ein kredit aufnehmen ja neun prozent zwischendurch waren es mal sieben ne das macht keinen sinn ne weil es waren es so 430.000 wir müssen gucken dass wir wirklich hinbekommen dass wir den kredit haben dass wir das geld haben wie gesagt hier braucht jetzt erstmal nichts mehr aktivieren die stehen schon da personal wollte ich jetzt erstmal nicht einstellen die frage ist warum die crew hier drin ist ja klar weil hier alles wissen aber da brauchen wir nix bauen wir brauchen hier nur noch ja was wir auch noch gemacht haben ist zu mal näher dran und automatismus habe ich freigeschaltet was bestimmt cool ist ich brauche das heißt ich brauche hier kein personal zum check-in die habe ich schon ganz cool wie gesagt auch die sind schon umgebaut ihr seht ihr die arme sind schon dran das heißt wir können dann ziemlich schnell auf mittel gehen denn wir haben noch ein problem habe ich schon gesehen wir haben wirklich nur die lufthansa nur die lufthansa mit kleinen fliegern und wir haben jetzt hier so viele gebaut hat die frage ob wir später noch mal umbauen hier auf mittel und groß mal schauen aber jetzt warum es erstmal so das heißt die werden auch beide hier lufthansa werden alle fluggesellschaften das heißt die beiden werden erstmal lufthansa werden weil wir auch nichts anderes annehmen werden muss noch mal schauen ob es dann nicht noch airlines gibt die auch kleine haben das soll noch mal was freischalten ich gehe davon aus dass wir jetzt heute das nicht schaffen auf drei läuft das ist schon mal gut und das soll es auch tun also laufen was haben wir jetzt die wollen schon wieder hier mehr geld wir haben die sollen ja arbeiten die arbeiten ja also sonst geld verdienen ich habe auch extra noch kein sicherheitsperson eingestellt für hier für die sicherheitsschleuse weil sie noch kein abflug nix genau und auch die auch die check ins genau die können wir dann auch mit dem selbst jack schon mal unterstützen die kleinen werden wir nehmen erst mal ja und dann haben wir die großen gepäck bauen und das macht dann hier unten hin vielleicht mache ich dann die kleinen auch nach wenn wir hier entlang fahren können wir es auf jeden fall auch hier oben die umbauen dann ist halt die frage ob wir nicht jetzt schon mal machen wir hier schon mal kapine reinigung und dann machen wir das schon mal machen wir schon mal die gepäck abfertigung denn da habe ich mir vorgestellt dass ich hier weitergehe hier unten den bereich nehme hier unten sortiere und hier werden die dann raus fahren und hier werden auch die bänder wieder hochkommen so dass das eigentlich alles ganz gut läuft aber uns fehlt einfach geld drüben der startet ganz gut das läuft ganz gut hier auch reparatur habe ich noch mal erhöht da oben ja sonst heißt es halt warten hier das ist auch ungern den preis erhöhen hier können sie noch versuchen auf 900 aber wenn es dann weniger kommen mal gucken wir können hier glaube ich genau mal gucken wir können hier glaube ich genau das auch das ist jetzt nicht mal so wieder kommen noch und daher ist mehr geld schon mal gut vielleicht nehmen wir auch mal fürs treibstoff mehr die reparatur hangar geld kommt hier rein vielleicht viel früher machen sollen der flughafen wird ja immer besser und die 750.000 ist ja gerade mal der anfang haben wir gerade mal dieses gebiet freunde was kostet das noch mal ich glaube der eine kostet 100.000 150 sogar der reicht glaube ich aus für den kleinen terminal den wir jetzt haben weil wir jetzt eh nicht so viel flieger daran kriegen wird nur die lufthansa reinkommen gefällt mir schon was da an an geld kommt überall die ärmse gesichert ist schon mal cool ich hoffe dass das mit dem automatischen login funktioniert wenn wir hier drunter gehen sortieren und hier drüben abfüllen und dann können wir hier wieder hochkommen jetzt würde ich aber hier hochkommen hier vorne abfüllen hier habe ich noch gar nicht erfüllt beziehungsweise in meinem team zusammen erstellt das ist ganz cool dann kommen wir hier vorne hoch und fahren die vor genau hier geht es hoch dann können wir hier unten bleiben alles hier auch in der theorie so und dann kriegen wir hier so ne Schade. Hier kriegen wir es hin. Sehr gut. Okay. Frage, wenn wir jetzt das Gepäck kümmern, aber wir können ja. Hier schon mal so. Planen. Hier können wir auch planen. Das ist dann auch rot. Muss ja jetzt reich sein. Und dann. Hier kann es hoch kommen und da. Da sehen wir ja noch. Ja, so. Denn dann fahren die Gepäckwagen nämlich hier raus wieder. Direkt unten rein. Können hier nach oben fahren. Nach da. Oh, ich habe eher nach da. Und bringen die da hin, wo es hin muss. Wir sind schon bei 300.000. Guckt mal einer an. Guckt mal einer, guckt. Guckt mal. Wurde ein bisschen mehr da jetzt. Eingenommen. Ich werde jetzt die 750.000 oder 25.000 da einnehmen. Hier müssen wir. Das ist ja unsere Einnahmequelle. Hier müssen wir. Das ist ja unsere Einnahmequelle. lovet. Oh. furnieren. So würde es gehen. Oh, im Flughafen hat kein Strom mehr. Mal gucken, ob wir hier sind. Wettt, wettt. Achso, dann haben wir da. Wettt! Ja! Ja, haben wir noch Leute, die das machen, ja bestimmt, ne? Okay, aber hier nämlich noch, hoffentlich, so. Hier. Oh, Gepäck ist fertig. Sehr gut. Oh, können wir gar nicht. Hauptsache erstmal annehmen. So. Okay. Wir können hier machen. So, wir müssen das ja auch noch umsetzen. Das ist ja Geld, was wir verdienen. Das können wir mal machen. So, dann haben wir noch mal drei Flieger mehr. Wie haben wir denn? Okay. Die Urspannung ist vorbei. Okay. Aber wir könnten... Rein theoretisch die kleine hier hinten abverdicken. Nee, ich will gar nicht so weit. Also eigentlich sollte das hier gar nicht sein. Wir wollen mal auf die drei. Einfach, ja hofftlos, er hier noch mehr verdienen. 1000 haben wir. 100.000 haben wir. Aber das ist ja fertig, damit wir da die ersten Flieger sehen. Warte mal, das müssen wir ja auch noch machen. Die Flieger hier, die fliegen. Das müssen wir ja trotzdem haben, ne? Damit die betankt werden und so weiter. Mal gucken, wenn ich ein Ramp-Agent-Personal. Ein Ramp-Agent hier. Ja. Ja. Warte auch nicht, okay. Gut hier. Wir planen mal. Die planen vielleicht, äh, dann auch erledigt. So, weil ich würde die gerne... Check-in, check-in ist schon klein. Die gerne schon direkt mit Dingsplan mit. Ähm... Was haben wir denn? Äh, mittelgroß haben wir nicht ablehnen. Aber ja nicht. So machen. So. Wir wollen die erst mal wieder abreißen hier. Wir werden die klein machen. Ein Gepäckband geht nicht. Das. Das hier könnten wir eigentlich schön... ...doch geht. Mal so. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann haben wir die... Dann können wir dann übers Band trennen. Wenn wir weiter ausbauen, hier... Ähm, weiter, weiter, weiter machen. Gepäck haben wir. Ähm, dann haben wir hier hochgeschüttet. Gepäck ist erstmal egal. So weit haben wir nicht. Sortieren brauchen wir erstmal. Ne? Okay. Sortieren. Ähm... Alter. Dann hier die mittelgroßen. Nämlich dann hier hinsetzen. Nämlich dann hier hinsetzen. Nämlich noch ein. So. eine. Leben. Hier. Hins. 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 5 1 1 2 1 2 3 4 6 6 Dann können wir das weg. 6 12 noch Die Tür ist auf. Nehmen wir lieber den wieder rein. So. Es können keine Wände langlaufen deswegen. Hm. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 10 11 11 11 11 11 12 13 14 15 Mal schauen. Sechs. Dann hin. Drei. Ist okay. Machen wir zumindest hier so ein bisschen Schalteratmosphäre. Ich habe glaube ich, mal gucken, ob die da drin sind. Aber ganz cool. Baue ich jetzt mal direkt. Und dann würde ich hier reingehen. Ah, nee, ist gar nichts. Mal hier auf die Tätten, so. Mal neu. Mal hier. Mal hier. Und jetzt da muss ich eins zu machen. Hier draußen. Zack. Schau mal. und wir machen es nur für reisende das auch schon mal so aus schon wieder eine halbe stunde also ihr seht das so ähnlich geht die zeit bei mir die ganze zeit wir sehen uns wieder zur nächsten folge ist